Hallo liebe Kinder der Klasse 1a. Im nächsten Schuljahr kommt ihr hier in diese Schule und ich freue mich schon unheimlich auf euch. Ich bin nämlich eure neue Klassenlehrerin, Raffaela Bessler. Ich habe hier noch wen mitgebracht. Das ist unser Schaf Lina. Die wird mit euch eingeschult und freut sich auch schon unheimlich auf euch. Wir werden zusammen hier in dieser Klasse sein. Leider können wir uns vor den Ferien wahrscheinlich nicht mehr sehen, deswegen haben wir gedacht, wir erzählen ein bisschen von uns. Ich wohne auch in Coesfeld mit meinem Mann und mit meiner Tochter Lilly und ich bin jetzt schon einige Jahre hier an der Schule und freue mich schon unheimlich auf euch. Ich stehe auch schon in unserem Klassenraum. Jetzt ist da noch die Klasse von Frau Lembeck, die jetzige 1a, aber ab Sommer seid ihr dann hier und ihr könnt schon einen kleinen Blick in die Klasse werfen. Wir sehen uns dann im Sommer, wenn wir hier gemeinsam starten. Ich freue mich. Bis dann. Hallo liebe Kinder, ich bin Herr Krone. Ich bin im nächsten Schuljahr euer Klassenlehrer. Ich freue mich auf euch und ich freue mich auch über den Besuch, den ich heute bekommen habe, denn die beiden Klassentiere, die uns im nächsten Schuljahr begleiten werden, haben sich heute schon vorgestellt. Wir sind die Erdmännchenklasse und deshalb sind die beiden Erdmännchen heute zu mir gekommen und wollten die Klasse auch mal kennenlernen. Das sind Henry und Jan. Die zeigen euch jetzt mal den Klassenraum. Ich freue mich. Wir sehen uns nach den Sommerferien. Bleibt gesund. Tschüss.